Das erste September-Wochenende ist da, gehen wir also hier in aller Herrgottsfrüh, weil wer steht schon um 9 Uhr auf, wenn er muss? Offenbar irgendjemand, sonst würde es hier nicht gesehen haben um die Zeit. Ich sehe ja immer die Aufrufe. Denk mal früh dran. Respekt! Jedenfalls, der erste Samstag, die Kernprobe geht weiter und die Frage ist diese hier aus dem Nerdquist-Kalender. Welcher Schauspieler strandet in der Marsiana auf dem Planeten? Auf welchem Planeten, könnte ich es sagen? Es wird wohl der Mars sein, ne? Matt Damon! Natürlich! Und wer jetzt noch weiß, wo das herkommt, ist auch nicht schlecht. Jedenfalls, Matt Damon ist wichtig!